einen wunderschönen guten tag aus der hauptstadt aus washington dc ich bin seit sonntag hier gestern habe ich aufgebaut gestern war ein scheiße anstrengender tag und so ziemlich alles was irgendwie probleme machen konnte konnte hat probleme gemacht heute habe ich frei und das wetter war vorhin so ein bisschen naja habe jetzt im hotelzimmer rumgegammelt schau so raus denke mir grauer himmel aber trocken ich gehe jetzt mal zum weißen haus das ist so zehn minuten von hier fahren aufzug runter geht zur hoteltür raus es schifft wie blöd und es ist nicht nur so ein kleiner geht gleich wieder vorbei schau es man ist gewittert das schiff das ist es ist doch scheiße die arme sau da drüben wo ist er nee nicht der der hupt der da hat keinen regenschirm ich schütze dich mein freund werd mich nass ja gut ja gut was mache ich jetzt ich schaue mir noch ein bisschen den regen an hol mir vielleicht ein taxi oder über und fahr damit ins museum und ansonsten ich glaube hier geht nicht viel touristen action dieses mal ich komme wieder im hotelzimmer weiter und vielleicht wird sie später noch besser oder morgen ohren steif halten bis später